Oh, we will see, we will see. Meiner ist ein Sunrise. Weiß ich nicht, ich weiß nur, dass dein Sunrise gelaufen ist. Ok. Aqua auf dem Match. Das ist ein Schuss. Was es in der Nähe? In der Nähe. 1 ist holofair holofair dead holofair dead fullweb sound alles aber nur akko alles aber nur akko alles aber nur akko rotation nice niiice shuuu digger silence dank für dein prime ist deine eigene musik copyright free yes da wird nichts geclaimt komm mit game aktuell sind wir relativ fester stack wir haben nur einen kollegen der die ganze zeit switch beziehungsweise einen platz der switch yep haben wir pentas ist free und kino ist auch free einer 90 alle beben 90 ja du müsste das bomben wir rotation headline hat dann das ist tschüss 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 er hat das abgeähmt digger und du läufst da rein und er hat nicht mal geschossen ja ich glaube der dachte dass ich da nicht direkt reinlaufen und pika sieht so an und der hat eigentlich nur auf sein ohne hülle eis gewartet und ich bin einfach besser das hat noch keiner gesagt rein da du bist einfach besser dankeschön du bist einfach besser ja das sollte ich gar nicht hören aber danke nicht nicht ohne spaß hast du dir mecklst aber es geht auch wieder es geht frech rein kann mal jemand die blue cam kurz halten mit dem cup gun er ist immer noch in office am besten geht einer office macht ein bisschen stress und ich springe aber blue rein auf jeden fall aber ich guck mal der links bei der dort ausgelaufen wahrscheinlich das ist ein fennre gewesen vom mais nach blue nach digger ja ivan ist oben bei billiard billiard oben ich dachte er hätte mich nicht gesehen als er da raus gelaufen ist äh sunrise legion legion kommt blue bar blue bar door linke seite stehend wer ist das wer ist das no info hier müssen wir ein paar drohnen reinschmeißen moin muchachina was geht was geht genau auf pink und der andere ist bei toilets ok aber mein müsst low sein hinter der a bau nicht andere main lobby ist rausgelaufen kannst naden maybe dann dann das bringt kaum was das ist jetzt natürlich an lucky für den fenrier hinter der bombe immer noch nochmal anderes garden plus plus nice jetzt sind wir noch hinter der a bau immer crouching linke seite steht linke seite steht an der doer close an der linker seite an der rotation maybe slide über die barwin man das ist eine geile sache also der sound war blue bar aber er konnte halt nur garden sein deswegen ne ich habe ihn blu gehört du schwein jetzt habe ich es gesagt hast du den benutzer herlux ja auch mit dem welcher gutschein code na jr 10 10 prozent rabatt auf eure halux kopfhörer das ist krank ja das werde ich wohl mal machen halux der partner für gute in-ears ich brauche hilfe in sunrise wiewu 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 ist sunrise dead ist sunrise dead noch einer noch einer im hallway VIP hallway close schon big door ach digger ach digger warum hat denn keiner gecallt dass wie der sunrise dead ist ich habe ihn nicht gedörtert ich kann es nicht riechen ja aber irgendwer und der hat eine 1.8er jetzt hätte ich nicht so scheiße outside rennen müssen man calls sind so wichtig und dann es ist eine weisheit die mein opa mir immer schon gepredigt hat was bringen dir herlux in-ears wenn dein team keine mikrofone hat du kannst du gut hören wie du willst aber wenn kein sound da ist dann geht es doch nicht junge callt mal mehr na scheiße real talk johnson digger einmal nehmen wir dich mit ja bin ich sauer man die runde war so gewonnen ja das stimmt auch wieder mina aber hör auf mich selber zu outplayen ja wir wir spielen hier wir kämpfen hier miteinander und nicht gegeneinander okay wo junge save ja 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 ich sehe sie nicht ihr kopf ihr kopf ja okay okay das ja war okay war okay outside sunrise doch ist ne jana sie ist kitchen window jetzt sie ist einfach zu hell jana ah immer noch einer kitchen window es war alles drin linke seite glaubt ihr das einer kitchen window ist immer noch kitchen window jungs er piekt sunrise window sind 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 ja ist drin ist drin es piept sunrise sunrise aus auf und wie leben der bry noch er wäre halt einfach an der cup kam gestorben na er hat so an er hat so an er hat so an er war so an er hat so an er ist in der cam er drohnt naja aber ich denke dass einer auf dem balk ohne vor wie drohne von er steht da vorne in der kärn das ist keine claymore wie stimmt denn ich er muss ein ap haben der bruder ich muss mir was zu trinken holen muss was neues im fucking silver man i made it i did it holy shit i am a fucking silver und 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 und